blind wiki das ungesehene enthüllen obrecht brücke 10.999 berlin deutschland hohe gps genauigkeit nimm an diesem ort auf hier gibt es eine kreuzung die ist total unübersichtlich ich wüsste gar nicht wie ich hier rüber komme hier gibt es weder ampel noch bodenindikatoren und sie verläuft auch nicht nicht direkt rechtwinklig zur straße und eine baustelle gibt es auch noch hier diktieren kreuzung koma fehlende bodenindikatoren fehlende bodenindikatoren abschicken denkmal für die im nationalsozialismus ermordeten sind die und roma europas simsons weg 10.557 berlin denkmal umgebungsgeräusche vögel violine bild wiki berlin biennale 2016 bild out bild out bild out Untertitelung des ZDF, 2020